. Jedes Land hat eine Armee, entweder die eigene oder eine Fremde, heisst es. Entsprechend hat die Schweiz stets Wert auf eine bewaffnete Neutralität gelegt. Sie blieb auch wachsam, als der grosse Friede ausbrach. Wie 1989, als mit dem Sieg der liberalen Demokratien im Kalten Krieg das Ende der Geschichte besiegelt schien. Spätestens seit damals sind wir nur noch von Freunden umzingelt. Doch die Geschichte ging weiter und die Zeiten heute sind keineswegs entspannt. Russland sieht an der Grenze zur Ukraine starke Truppenverbände zusammen. Im Mittelmeerraum herrscht Unruhe, es häufen sich die Angriffe im Cyberspace. Rasch entstehen neue Waffentechnologien und mit ihnen neue Angriffsmethoden. Wie ist die Schweizer Armee gerüstet und wie stellt sie sich auf die veränderte Bedrohungslager ein? Das ist unser Thema in NZZ-Stammpunkte. Herzlich willkommen! Unser Gast heute ist Chorkommandant Thomas Süssli. Er ist seit 2020 Chef der Armee. Herzlich willkommen, Herr Süssli. Guten Tag, Herr Goehr. Russland baut im Moment gerade eine Drohkulisse gegenüber der Ukraine auf und setzt auch den Westen damit unter Druck. Wie gefährlich schätzen Sie die Lage ein? Ich glaube, nach militärischer Lagebeurteilung, wie bei der Oberteilnehmer, was der Auftrag oder die Absicht, dann die Umweltverhältnisse, dann die eigenen Mittel, die gegnerischen Mittel und die Zeitverhältnisse beginnen jetzt bei der möglichen Absicht. Ich glaube, da gibt es verschiedene Interpretationen. Es kann tatsächlich sich um eine Vorbereitung für einen militärischen Stoss handeln. Ich würde persönlich das als eher unwahrscheinlich einschätzen im Moment. Es kann sein, dass ein Regimewechsel beabsichtigt wird in der Ukraine. Es kann auch darum gehen, für allenfalls diplomatische Verhandlungen eine Drohkulisse, Druck aufzubauen, was ich als sehr wahrscheinlich erachte. Bezüglich der Mittel, Nachrichtendienste und auch die Medien und gehen davon aus, es sind bis 100.000 russische Truppen gegenüber 70.000 in der Ukraine. Ukraine wurde in den letzten Wochen sehr stark versorgt von befreundeten Staaten, Armeen, mit Mitteln, zum Beispiel mit Panzeraubermitteln, Typ Javelin. Wir sehen aber, dass es noch nicht richtig integriert ist und es ist auch nicht in grosser Anzahl vorhanden. Also das ist ein sehr grosses Ungleichgewicht im Moment der Kräfte. Wir sehen aber auch, dass Russland eigentlich auch noch nicht für eine grosse Offensive bereit ist. Die Zeitverhältnisse sind im Moment sehr dynamisch, es entwickelt sich sehr dynamisch. Wir gehen davon aus, dass wenn Russland einen militärischen, terrestrischen Angriff machen würde, dass er noch die Zeit ausnützt, wo der Boden gefroren ist. Das würde ihm sehr zugutekommen. Und im Moment beobachten wir natürlich alle gespannt. Wir versuchen auch abzuleiten für uns Konsequenzen, wie die Vorbereitung verläuft, was für Mittel eingesetzt werden und auch was für neue Technologien allenfalls eingesetzt werden. Sie sagen also, ein grosser Bodenkrieg ist eher unwahrscheinlich, aber es gibt ja auch noch andere Optionen, sozusagen kleinere Schläge. Was wäre denn da möglich? Das ganze Spektrum eigentlich, wir sprechen immer von den Operationsfirmen, von den militärischen. Und ich glaube, kleinere Schläge am Boden mit Spezialkräften durchaus denkbar. In der Luft auch der Einsatz natürlich von Distanzwaffen, Marschflugkörpern und Drohnen, die immer mehr auch ein Thema spielen in Konflikten, wie wir es in Nagorno-Karabach zum Beispiel gesehen haben. Im Cyberraum sind viele Aktivitäten. Ich glaube, am meisten Aktivität im Moment ist im Informationsraum, wo wir beobachten auch mit sehr grossem Interesse, auch wie Putin intern in Russland kommuniziert, auch Aussagen bezüglich dem Verhältnis Russland-Ukraine als früherer Bruderstaat und auch, wie er ja Aussagen gemacht hat, wird Ukraine eigentlich die Legitimität eines eigenen Staates aberkennt. Also im Informationsraum sehr viel Aktivität. Wir wissen auch im elektromagnetischen Raum, wo aufgeklärt wird, wo vorbereitet wird. Also eigentlich in allen Operationssphären finden im Moment Aktivitäten statt. Nun gibt es ja immer wieder so Szenarien, die sagen, Also Putin will gar keinen grossen Krieg, aber er will sozusagen sein Terrain arrondieren. Er will noch eine Landbrücke zwischen den besetzten Gebieten in der Ostukraine und der Krim aufbauen, zum Beispiel um die Versorgung der Krim besser sicherzustellen als solche Dinge. Also sehr begrenzte Schläge. Halten Sie das für plausibel oder eine reine Spekulation? Ich denke, es hat einen geostrategischen Hintergrund. Seit dem Zerfall der Sowjetunion ist die NATO immer näher an Russland herangekommen und Putin hatte bereits einen Text einmal vorgelegt für eine mögliche Verhandlung, weil ich genau das anspreche. Da spricht auch Finnland und Schweden an, da sprechen vor allem die baltischen Staaten an, weil heute NATO-Staaten sind, NATO-Truppen im Rahmen der Enhanced Forward Presence stationiert sind, Polen und dieser Gürtel, da fehlt ihm eigentlich. Und es könnte durchaus sein, dass es ein grösseres strategisches Interesse ist, diese Pufferzone wieder herzustellen. Da wäre aber einfach so ein schmaler Schlandstreifen wäre nicht genug. Da bräuchte er dann schon eine Neutralisierung der Ukraine, am besten auch eine dauerhafte Militärpräsenz der Russen in Weissrussland. Aber der Westen ist nicht gewillt, da nachzugeben. Halten Sie das für klug oder wäre es nicht klüger zu sagen, ja, wir erkennen gewisse gegenseitige Einflusssphären an und die Ukraine ist weder der eine noch der anderen Sphäre zugehörig. Ich glaube, dass, wenn man historisch schaut, seit den 90er Jahren, zu Beginn der 90er Jahre, hat der Westen Russland versprochen, dass die NATO sich gegen Osten nicht erweitern würde. Ich glaube, das ist ein Problem, wahrscheinlich aus Sicht von Russland, von Putin, das Vertrauen gegenüber solchen Zugeständnissen. Und ich bin eher der Meinung, dass er versucht, jetzt handfest mit einer Drohkulisse zu zeigen, dass er durchaus bereit ist, auch das militärisch, wenn es nötig ist, durchzusetzen. Ob eben auch, sagen Sie, die Verlässlichkeit von solchen Zusagen zu untermauern, längerfristig. Alle reden vom Krieg. Wir zwei tun es jetzt ein bisschen weniger. Wir reden primär von politischen Optionen. Und ist nicht das vielleicht wirklich der Kern, des putinschen Manövers, dass er mit militärischen Mitteln ein politisches Ziel verfolgt, nämlich den Grossmachtanspruch von Russland zu unterstreichen. Und das wäre dann ja wieder Politik mit Bayonetten, also klassische Machtpolitik. Ist der Westen für so etwas gerüstet? Wir sprechen ja auch von neu, im sicherheitspolitischen Bericht sprechen wir auch von hybriden Konflikten. Und ich denke, das ist das, was wir jetzt sehen. Es ist eine Mischung von verschiedenen Mitteln, um eben ein Ziel zu erreichen, ein grösseres geostrategisches oder strategisches Ziel. Das beginnt auch bei wirtschaftlichen Sanktionen. Russland ist immer noch der Lieferant von Erdöl, von Erdgas. Das geht dann auch in den Cyberraum, Cyberangriffe, Informationsoperationen. Und das militärische Druckmittel, das militärische Mittel ist dann ein Werkzeug in einem ganzen Kasten. Ich denke aber, dass die militärische Intervention in Konflikten, auch in neuen Konflikten, eines der letzten Mittel bleiben wird, dass man eigentlich eingehen will. Militärische Konflikte sind teuer. Es ist auch nicht gesagt, dass das eigene Volk das dann unterstützt. Eine Präsenz in einem fremden Land mit militärischen Mitteln ist schwierig wieder zu beenden. Russland hat das in Afghanistan, diese Erfahrungen schon gemacht. Und deshalb, ich glaube, in einem gesamten Set ist es ein Instrument, um Druck zu machen. Ich bin aber nicht der Überzeugung, dass es das primäre oder bevorzugte Instrument ist. Und erst zeige ich das Instrument Last Resort, also das letzte Mittel, in einer Reihe von Möglichkeiten, die er hat. Ist das die Zukunft des Krieges, dass eine Auseinandersetzung zuerst einmal mit zivilen Mitteln anfängt? Wir haben ja schon darüber geredet, zum Beispiel im Informationsraum mit Propaganda, mit der Beeinflussung der gegnerischen Bevölkerung durch das Internet, dann Cyberangriffe und sich dann langsam steigert und am Schluss vielleicht dann auch Truppen zum Einsatz kommen, aber vielleicht gar keine regulären, eben nicht in einer Uniform, wie Sie sie jetzt gerade tragen, sondern ohne Hoheitsabzeichen und ohne eigentliche Uniformen. Und ganz am Schluss, ja, da kommt dann das, was wir für einen regulären Krieg halten. Also, dass es eine wirklich eine ganze Palette von Maßnahmen gibt. Ist das die Zukunft, auf die wir uns einstellen müssen? Ich würde sogar sagen, das ist schon die Gegenwart. Das ist das, was wir schon sehen. Ich glaube, das Konzept ist ja nicht neu. Ende der 90er-Jahre. China hat das ja geprägt damals schon, wo Sie gesehen haben, oder wo Sie definiert haben, eine Strategie, um einem technisch überlegenen Gegner gegenüber zu treten. Das ist dann auch mit der Gerasimov-Doktrin 2013 eigentlich bestätigt worden. Also genau das, was wir gesehen haben, jetzt in der Krim, in der Ukraine. Und ich glaube, das ist das neue Mittel, Krieg zu führen. Und übrigens auch der Begriff Krieg. Früher war ja, ein Land hatte mal einen Krieg erklärt, dann hat man sich bekriegt, bis einer gewonnen hat. Aber das ist ja heute auch nicht so. Es gibt eigentlich keine Kriegserklärungen mehr. Und ich denke, dass tatsächlich die Gegenwart und auch die Zukunft der Konflikte ist in eben diesem hybriden Bereich, wo nicht ganz klar ist, was sind staatliche Akteure, nicht staatliche Akteure, wo man versucht, möglichst lange auf Distanz zu wirken. Das kann sein im Cyberraum. Wo man versucht, auch unerkannt zu bleiben. Attribution, also Zuordnung eines Angriffs im Cyberraum, ist sehr schwierig, sehr komplex. Im Informationsraum, wo schon Aktionen stattfinden, wo man versucht, die Deutungshoheit zu behalten, zu erlangen, aber immer abstreitbar zu bleiben. Und dann die Mittel gehen im Bereich der wirtschaftlichen Massnahmen. Terrorismus gehört sich auch in dieses Paket. Wahrscheinlich immer mehr auch die Wirkung, die versuchte Wirkung auf Distanz. Das hatte in der militärischen Geschichte Tradition. Das war zuerst, der Speer war länger als das Schwert, dann kamen Schusswaffen. Und ich denke, jetzt mit Drohnen, das war noch nie so günstig, also günstig im Sinne von finanziellen Mitteln, auf Distanz wirken zu können. Technologie, künstliche Intelligenz beschleunigt, ermöglicht das. Also die Wirkung auf Distanz, die wird immer einfacher und auch immer wahrscheinlicher, weil ich muss keine eigenen Leben einsetzen und ich vermeide auch die Bilder, die dann nach Hause gesendet werden, von eigenen Soldaten auf fremdem Boden. Das macht es dann aber wahrscheinlicher, einen Konflikt, wenn man zu einem niedrigeren Eintrittspreis, ohne Kriegserklärung, ohne einen vollen Konflikt und schön auf Distanz schon Gewalt ausüben kann. Wir tun uns etwas schwer mit dem Begriff der Wahrscheinlichkeit. Bedrohung hat eigentlich zwei Aspekte. Es ist das Potenzial und die Absicht. Und das Potenzial sehen wir in Europa und jetzt auch rund um Russland und Russland die Krise, jetzt wird das auch beschleunigen. Das Potenzial nimmt zu. Aber die Absicht, zumindest in Europa, die ist nicht vorhanden. Und deshalb auch im sicherheitspolitischen Bericht, im Neuen spricht man davon, dass bewaffnete Konflikte unwahrscheinlich sind. Man braucht auch das Wort unwahrscheinlich. Ich würde dann eher sagen, gegenwärtig unwahrscheinlich, weil es ist ja wie an der Börse. Wenn die Volatilität zunimmt, dann nimmt das Mass von möglichen Bewegungen auch zu. Und wir wissen nicht, was in 20, 30 Jahren ist. Und das muss ja unser Horizont sein. Also wenn man es so anschaut, es ist unwahrscheinlich, wenig wahrscheinlich, aber das Potenzial ist immer noch vorhanden. Aber Sie sagen, ja, es gibt wahrscheinlich keinen Krieg in Westeuropa. Aber in dieser Bruchzone, zwischen Ost und West, das erstreckt sich vom Baltikum bis runter, über den Kaukasus, bis zum Schwarzen Meer oder allenfalls zum Kaspischen Meer, in dieser Bruchzone sind Konflikte und auch militärische Konflikte, also gar nicht mehr die Ausnahme, sondern inzwischen schon fast die Norm. Wir sahen es 2008 im Georgienkrieg, dann 2014 in der Ukraine, 2020 der bereits angesprochene Konflikt zwischen Armenien und Aserbaidschan und das Gebiet Nagorni-Karabach. Also da ist Krieg schon wieder die Norm. Wie müssen wir damit umgehen? Ich glaube, aus der Schweiz, was wir ja machen, ist, wir müssen antizipieren. Also wenn wir sagen, das ist eine Lageentwicklung, die von den Möglichkeiten, von den Ausbeigungen eher zunimmt, das kann ins Gute gehen, kann aber auch, kann auch wieder ins, kann noch gefährlicher werden. Für uns ist wichtig, die Antizipation. Also versuchen, aus diesen Konflikten, die stattfinden, zu lernen, die richtigen Schlüsse zu ziehen und dann auch die Streitkräfteentwicklung genau auf diese Entwicklungen auszurichten. Für uns muss man auch sagen, ist die politisch legitimierte Basis für die Streitkräfteentwicklung für uns der sicherheitspolitische Bericht. Der ist früher alle zehn Jahre erschienen, soll jetzt in kürzeren Abständen erscheinen. Und dort versucht man eigentlich genau diese Lage zu antizipieren. Und zwar ist das ja dann nicht nur wie diese Konflikte, die Hybriden, ist ja nicht nur ein Thema für die Armee, weil viele der zu Beginn eingesetzten Mittel betreffen nicht nur die Armee, sondern es geht eigentlich um ein gesamtes Sicherheitsdispositiv, bei uns auch im Sicherheitsverbund Schweiz. Die Partner, die sind ja alle involviert. Und eigentlich genau diese Basis legt ja für uns der sicherheitspolitische Bericht, der jetzt dann auch in der definitiven Fassung erscheinen wird. Aber kann man dann sagen, gut, ein Konflikt wie zwischen Armenien und Aserbaidschan ist jetzt für die Schweiz eher von vernachlässigbarer Bedeutung. Ein Konflikt zwischen Russland und der Ukraine, auch ein nicht-militärischer Konflikt, ist aber schon etwas anderes. Also gibt es da Unterschiede, wie Sie auf diese Bruchzone schauen oder sagen Sie generell, wir sind so weit weg, uns geht das nichts an. So weit ist es ja gar nicht, wenn man die räumlichen Verhältnisse anschaut. Ich glaube, was ich gesagt habe, auch der Nagorno-Karbach-Konflikt, Armenien und Aserbaidschan, ich glaube, das Interessante sind die Lektionen, in denen man das lernen kann, z.B. bezüglich Einsatz von Mitteln am Boden, von Drohnen, Drohnentechnologie. Ich bin nicht sicher, ob es wirklich ein Game-Changer war, weil mit Kampfflugzeugen hätte derselbe Effekt erzielt werden können. Aber es reicht doch den Einsatz dieser neuen Mittel. Ich glaube, das ist für uns, ist das Primär, ist daraus zu lernen. Die Schweiz ist nicht direkt betroffen, bedroht. Und dennoch geht es um auch bei Konflikten, jetzt auch bei Russland-Ukraine, zu zeigen, wir sind neutral, souverän und z.B. wir dulden keine Überflüge einer der Kriegsparteien. Das betrifft uns schon direkt. Und ich glaube, genau in solchen Situationen auch das zu demonstrieren, dass man bereit ist, eben die eigene Neutralität und Souveränität aufrechtzuerhalten. Was Sie da als Lehre zitiert haben, hat ja vielleicht einen schwierigen Hintergrund für die Schweiz, weil Aserbaidschan und Armenien haben gezeigt, dass man auch ohne eine ausgebaute Luftflotte, ohne sehr viele Kampfflugzeuge, eben mit Drohnen, eine sehr hohe Wirkung erzielen kann, auch gegen Panzer, gegen eingegrabene Stellungen. Das war schon sehr eindrücklich. Aber heisst das dann nicht, die Schweiz könnte sich ihre F-35 sparen, weil mit Drohnen geht es sehr viel billiger. Die Luftverteidigung ist auch ein Gesamtsystem. Wir sprechen auch von einer integrierten Luftverteidigung. Und Aserbaidschan, Armenien, ist vielleicht jetzt nicht repräsentativ, weil keines der beiden Länder über eine ausgebaute Luftverteidigung verfügte. Für uns, ich habe es gesagt, Bedrohung ist Potenzial mal Absicht. Und Potenzial, wenn wir jetzt schauen in Europa, sind doch acht oder neun Länder mit uns, die sich jetzt zum Beispiel für den F-35 entschieden haben. Es gibt zwei grosse Projekte, Tempest in the UK und EFKAS, zwischen Deutschland, Frankreich und Spanien, die ein fünft- oder sechst- und die Weltgenerationsflugzeuge entwickeln. Und es werden immer noch Flugzeuge gekauft. Und für uns Bedrohung heisst auch, wir müssen genau dieser Bedrohung standhalten können. Drohnentechnologie kann noch nicht dasselbe wie Kampfflugzeuge. Wir gehen davon aus, es wird noch sicher 10, 20, vielleicht mehr Jahre so bleiben. Drohnen haben nicht dieselbe Gipfelhöhe, nicht dieselbe Steigleistung. Und die Abwehr von Kampfflugzeugen ist heute eigentlich auch nur mit Kampfflugzeugen möglich. Deshalb ist die Beschaffung von neuen Kampfflugzeugen ein logischer Schritt, wenn man die Entwicklung beobachtet der ausländischen Armeen. Nun können aber auch Drohnen unterdessen im Verbund, im Schwarm operieren. Und vielleicht sind eben 100 kleine Drohnen der Tod eines grossen Kampfflugzeuges. Also sind Sie da nicht vielleicht einfach, hinken Sie nicht etwas hinter der rasanten Entwicklung her, die Sie ja eingangs selber beschrieben haben, und bilden jetzt einen Zustand ab, der vielleicht in 10 Jahren schon wirklich völlig obsolet ist? Ich denke, die Zeitverhältnisse, tatsächlich ist es eine exponentielle Entwicklung, wir beobachten das auch. Vielleicht sind es nicht 10 Jahre, vielleicht sind es dann eher 20, 30 Jahre, bis diese Entwicklung so weit ist. Und deshalb müssen wir auch weit in die Zukunft schauen. Der Umstand, dass immer noch unsere Nachbarländer, europäische Länder, aber nicht nur in Europa, übrigens auch in Asien und USA, immer noch Flugzeuge entwickeln und beschafft werden, das zeigt, dass die auch in 20, 30 Jahren noch präsent sein werden am Himmel. Das Kampfflugzeug, vor allem die F-35, ist ja nicht nur ein Effektor, sondern es ist auch ein Sensorverbund. Es kann mit seinem Radar Ziele erfassen, z.B. in Terlen, in Bergterlen, auch Drohnen erfassen, die wir sonst gar nicht sehen würden. Und es ist ein Teil einer integrierten Luftabwehr, die es uns eben möglich macht, zu reagieren. Das Kampfflugzeug ist nicht nur der Effektor, sondern es ist ein hochwirksamer, in verschiedenen Sphären Sensor, der in das Gesamtbild integriert eben grosse Wirkung zeigt auch gegen Drohnen oder Drohnenschwärme. Das heisst also, das Kampfflugzeug als Kampfflugzeug verliert an Bedeutung, aber als, sagen wir einmal, Plattform in einem Verbund von verschiedenen Wirkmitteln, sicher auch einmal in Zukunft mit Drohnen, hat es nach wie vor eine Bedeutung. Das wird aber dann heissen, dass die Schweiz ganz flugs nicht nur Kampfflugzeuge, sondern auch bewaffnete Drohnen braucht. Die Diskussion über bewaffnete Drohnen, wir konnten das in Deutschland beobachten, im Bundestag die Diskussion, die ist bei uns noch nicht angelaufen. Ich glaube, bewaffnete Drohnen, es geht auch intelligente Munition, Läutering Munition, ich glaube, man muss etwas weiterfassen in diesem Bereich. Ich glaube, was ganz entscheidend ist, oder vielleicht zuerst noch technologisch, wir beobachten, dass die verschiedenen Nationen verschiedentlich unterschiedlich an dieses Thema herangehen. Die USA ist sicher technologisch immer noch überlegen, auch mit Technologien aus dem Silicon Valley, die dann über das DARPA in die US-Streikkräfte eingebracht werden. Aber auch in der USA ist am Schluss immer noch der Mensch, der entscheidet über den Einsatz der Mittel. Dann beobachten wir, was Russland macht, im Bereich künstliche Intelligenz, wo bereits erste Systeme entwickelt werden, die ohne menschliches Zutun wirken können, und das ist bei uns undenkbar. Auch bei uns wird immer der Mensch am Schluss noch den Knopf drücken. China, wo wir Ähnliches beobachten, China entwickelt auch über künstliche Intelligenz neue Werkmittel. Und dann eben bei uns, wir sind im Moment an Konzeptionen am Machen, es gibt auch eine Gesamtstrategie des Bundes über Drohnentechnologie, die Entwicklung ist. Und wir müssen uns dort einfügen und müssen uns dann irgendwann auch der Diskussion stellen, wie wir uns mit zu bewaffneten Drohnen stehen, aber immer natürlich in letzter Konsequenz bei uns, wo der Mensch dann entscheidet über den Einsatz der Mittel. Aber greifen Sie jetzt nicht zu einem rhetorischen Trick, in dem Sie nun wirklich die äusserste Wahrscheinlichkeit gerade mit einführen, nämlich völlig autonome Waffensysteme, die ohne Mensch agieren. Und da gibt es tatsächlich sicher viele Fragen, die sich stellen. Aber davor gibt es ja jetzt bereits Drohnen und auch solche Minidrohnen. Da ist dann die Grenze zur Munition schon sehr fliessend. Die sind alle funktionsfähig, sie werden eingesetzt, sie werden von vielen Staaten produziert, nicht nur von den USA oder den Großen, sondern auch von der Türkei, von Israel. Also das ist alles schon vorhanden. Müsste da die Schweiz, gerade wenn sie sagt, ja, wir bekennen uns zum F-35 und zu einem modernen Kampfflugzeug, müsste da die Schweiz nicht gerade sagen, hier brauchen wir auch Drohnen für diesen Verbund. Ich würde das auch nicht jetzt mit dem Kampfflugzeug verbinden. Das Kampfflugzeug hat ein spezifischer, hat spezifischer Eingesatzbegift, übrigens begonnen immer noch beim Luftpolizeidienst, auch in Zukunft mit Drohnen nicht möglich sein wird in dieser Form. Auch Konferenzschutz, wenn jetzt wieder Konferenzen, wir haben das gesehen, vermehrt in die Schweiz kommen, ist etwas, das wird auch in Zukunft mit Drohnen nicht möglich sein. Als Kampfflugzeug, als Systemverbund für sich, Integrated Air Defense, würde ich einmal trennen von dem. Tatsächlich gibt es den Trend, es gibt auch die Javelin übrigens, die kann auch in der letzten... Also eine Panzerabwehrrakete. Ja, genau, Panzerabwehrrakete kann in der letzten Phase, kann sie nachsteuern. Es gibt intelligente Artilleriemunition, die nachsteuern kann. Und das ist tatsächlich eben ein Thema, was wir jetzt beobachten und was irgendwann dann auch zur Diskussion steht. Aber jetzt nicht als nächster Schritt, sondern ich denke, dass bei uns in der übernächsten Geländekammer Das heisst, in zehn Jahren, in fünf Jahren, in 20 Jahren, was ist für Sie die übernächste Geländekammer? Aktuell sind wir bei der Entwicklung der Streikhäfte. Aktuell schauen wir auf 2030. Die Schweizer Armee hat begonnen 2014, 2015. Eigentlich mit einer... Wo man die Weiterentwicklung der Armee eingeleitet hat, war dann auch die Frage, was kommt als nächstes. Wir haben begonnen mit einem, wir nennen das intern das Zielbild 2030. Wo man begonnen hat, noch einmal mit einer Umfeldanalyse, Bedrohungen und Gefahrungen, Projektion, dann der Ansatz rot. Was gibt es heute für Möglichkeiten eines Gegners, für Mittel und Möglichkeiten eines Gegners? Was lässt sich daraus für Wirkungen ableiten? Und haben dann quasi die Anlage der Operation blau gemacht. Wir haben gesehen, wie müssen wir dem in Zukunft reagieren können. Haben das in diversen Wargaming-Tabletops auch ausprobiert. Und das ist jetzt die Basis für die Streitkräfteentwicklung der Zukunft. Wir denken immer, wir denken in vier Jahresschritten. Das heisst, wir werden in der Legislatur 24, 27, werden wir dem Parlament vorlegen, was wir in dieser Periode beschaffen. Und wenn ich jetzt spreche, noch von kurzfristig dorthin wird noch nichts sein, von jetzt Drohnen oder auch künstliche Intelligenz. Und dann mittelfristig, werden dann acht Jahre sein. Und dann in der langen Frist zwölf Jahre. Dort haben wir einen Platzhalter eingebaut, wo es möglich ist, dann solche Technologien zu beschaffen. Also zwölf Jahre, das ist noch eigentlich eine gewisse Zeit, aber doch auf der anderen Seite relativ rasch. Und wir wissen auch, dass in den frühen 30er-Jahren werden auch grosse Kampfwaffensysteme der Schweiz ausser Dienst gestellt. Zum Beispiel der Kampfpanzer Leopard. Wäre das nicht der richtige Zeitpunkt, um wirklich einmal reinen Tisch zu machen und sich zu überlegen, wie sieht der Krieg der Zukunft aus, abgeleitet aus dem, was wir jetzt, zum Beispiel in der Ukraine, sehen. Und dann sieht vielleicht die Armee der Schweiz ganz anders aus, ohne grosse Waffen, aber sehr viel mobiler, sehr viel digitaler. Ist das eine Vorstellung oder sagen Sie, ach was, das ist jetzt alles so weit weg? Das ist eine sehr konkrete Vorstellung, die auch im Bericht Zukunft der Bodentruppen so niedergeschrieben ist. Und das sind viele der Aspekte, die Sie erwähnt haben. Wir gehen davon aus, dass zukünftigen Armeen die verschiedenen Operationssphären, also Weltall, Luft, Boden, Cyberraum, elektromagnetischen Raum, Informationsraum, bei uns nicht so sehr der maritim Raum, in Zukunft eigentlich vernetzt und gleichzeitig angesteuert werden können, sowohl von Sensoren als auch von Effektoren. Das gehört zu diesem neuen Bedrohungsbild, aber auch zu neuen Fähigkeiten, die wir entwickeln müssen. Das ist das eine. Das zweite Bericht Zukunft der Bodentruppen besagt auch, die Armee der Zukunft wird mobiler sein, wird über eine einheitliche Plattform verfügen und modular agieren können. Modular auch hat sich damit zu tun, dass wir, wir müssen davon ausgehen, unsere Gegenseite wird hochauflösende Sensoren haben im Weltall, wird weitreichende Waffen haben. Unser überbautes Gelände lässt auch den Einsatz geschlossener mechanisierten Brigaden gar nicht mehr zu. Die Konsequenz eben ist diese Modularisierung, an der wir arbeiten. Das ist eigentlich genau eine Konsequenz aus der Ableitung von Digitalisierung technischen Möglichkeiten, also Sensor-Shooter-Loop, wie man auch sagt, der Gegenseite, auf unserer Seite, ist die Konsequenz daraus. Die Mobilisierung, wir gehen davon aus, in Zukunft werden mehr Räder unterwegs sein, also die zukünftigen geschützten Fahrzeuge werden mehr Räder haben, aber am Schluss hat auch der Kampfpanzer als Kampfpanzer noch seinen Wert. Und das sieht man auch in neuen Konflikten. Wieso hat der Kampfpanzer in der Schweiz noch einen Wert? Das mag in der Ukraine so sein, aber wir sind umgeben von, sage ich mal, hinreichend freundlichen Nationen, von denen uns kein Konflikt droht, also die grossen Panzerschlachten, die ja irgendwie doch ein bisschen noch unser Bild prägen, weil wir das aus dem Zweiten Weltkrieg kennen oder weil es dann auch in den 50er, 60er, 70er Jahren das Szenario waren. Die sind völlig unwahrscheinlich. Wäre es da nicht viel klüger, wenn die Schweizer Armee sagen würde, wir sind eine moderne Truppe und wir setzen das Geld, das wir zur Verfügung haben, dann wirklich ein für die wahrscheinlichsten Szenarien und da gehört eben ein Panzer nicht mehr dazu, weil wir auf ganz lange Zeit ganz unmittelbar, egal was im Osten passiert, direkt von Freunden umgeben sind. Ich glaube, Staaten haben Interessen und nicht Freunde. Wenn wir lange in die Zukunft schauen, dann bleibt Verteidigung am Schluss. Ich glaube, auch zukünftige Konflikte werden unter Verteidigung wird am Schluss immer noch am Boden stattfinden müssen. Die Frage ist, wie. Und wenn wir sagen, wenn wir von Modularisierung sprechen, von mobileren Truppen, mit einer einheitlichen Plattform, dann wird wahrscheinlich der Kampfpanzer dort integriert sein. Was der Kampfpanzer bringt, er bringt Feuerkraft, er bringt Mobilität und Schutz mit sich. Und auch in einem, sage ich jetzt, in einem gemischten Truppenkörper kann es durchaus noch Verwendungen geben. Die grossen mechanisierten Brigaden, ich glaube, das sind die Bilder, die Sie ansprechen, die haben wir auch nicht mehr. Wir sprechen mehr vom Kampf im Überbauten, im urbanen Gebiet. Und auch in Konflikten, die wir heute beobachten, ist immer noch einzelne oder Kampfpanzer, ist dort immer noch einfach eines von vielen Mitteln, die man dann eben in diese Verteidigung einsetzt. Die Armee hat immer noch als Auftrag, und das darf man nicht vergessen, ist immer noch die Verteidigung. Landesverteidigung ist ein Auftrag der Armee. Der Sicherheitspolitische Bericht interpretiert den Begriff der Verteidigung. Und bei der Umsetzung, auch wenn, es dort steht, unwahrscheinlich. Unwahrscheinlich eben, es ist immer Potenzial mal Absicht. Im Moment ist keine Absicht zu erkennen. Aber wenn man eben den Fächer aufmacht, der Volatilität in Zukunft, dann bleibt die Verteidigung eine der Hauptaufgaben und auch Resonate der Armee. Und das ist ganz wichtig zu verstehen. Und das ist auch die Vorbereitung auf diesen Auftrag, müssen wir uns auch wieder, wir müssen den Mut haben, das auch wieder in den Vordergrund zu stellen. Aber die Konflikte, wie wir es jetzt besprochen haben, die werden anders sein. Wir versuchen, das zu antizipieren. Ich habe es eben gesagt, wir beobachten sehr gut, was in anderen Ländern, wie sich Konflikte entwickeln, um eben genau ableiten zu können, die Streitkräfteentwicklung, der Streitkraft der Zukunft. Sie sprechen es an. Ein Konflikt, ein bewaffneter Konflikt, wäre wahrscheinlich eben nicht mehr irgendwo in der Rheinebene oder irgendwo auf unbebautem Feld im Mittelland, sondern vor allen Dingen in den Städten. Und Verteidigung muss ja dann gar nicht heissen, es ist ein grosser Kampfangriff, sondern es ist dann vielleicht ein gegnerischer Einsatz zur Destabilisierung oder es ist ein grosser terroristischer Angriff, zum Beispiel auf den Flughafen Zürich. Da sind ja sehr viele Dinge denkbar, die weit unter der Schwelle eines grossen Krieges sind, aber dennoch schon wirklich eine militärische Antwort erfordern. Ist die Schweiz dafür wirklich gerüstet? Denn dafür brauchen sie ja auch Kräfte, die in der Lage sind, eben quasi schon im Zivilen vorzugehen und dann langsam zu eskalieren. Also sie brauchen vielleicht gar nicht den Soldaten, sondern sie brauchen wie einen Militärgendarmen, der schon in der Lage ist, zivil zu operieren. Müssen wir da nicht deutlich nachrüsten als Schweiz? Ich glaube zuerst, dass unsere Milizarmee sehr gut geeignet ist für genau das. Weil unsere Milizarmee ja immer noch regional verwurzelt verankert ist. Mit der Weiterentwicklung der Armee haben wir ja dann auch den Territorialdivisionen, die Infanteriebataillone zur Verfügung gestellt. Es ist ja nicht nur in der Krise Köpfe kennen, das ist wichtig, aber auch in der Krise genau diese kritischen Infrastrukturen zu kennen, die Sie angesprochen haben. Im Bericht Zukunft der Bodentruppen sprechen wir von schweren Kräften, wir sprechen von mittleren und leichten Kräften. Leichte Kräfte, die sollen sehr regional verankert, verwurzelt sein, sondern eigentlich genau diese Gendarmen sein, die auch schon früh spüren, wenn irgendwo genau diese Mittel, diese erwähnt haben, diese nichtstaatlichen Akteure, seien es Terroristen oder auch andere nichtstaatliche Akteure, um diese genau vorher schon erkennen zu können. Also die Entwicklung, die geht ganz genau in diese Richtung. Aber das ist dann nicht der Wehrmann im Wiederholungskurs, denn der ist für genau diese zivilen Situationen ja nicht wirklich ausgebildet. Ich bin nicht sicher, ob er dafür nicht ausgebildet ist, weil er eben immer noch regional verankert ist. Also er ist immer noch in einer Umgebung, die er kennt, wo er auch einen persönlichen Bezug hat dazu und wo er aus seiner Erfahrung auch das Umfeld kennt. Ich denke, das ist genau die Stärke eigentlich unserer Milizarmee. Auch eine Berufsarmee, denke ich, die könnte das überhaupt nicht besser. Ich bin nicht sicher, was für eine Größe wir uns überhaupt leisten könnten an einer Berufsarmee. Das ist auch ein Vorteil der Miliz. Aber ich sehe vor allem den Vorteil, sehe ich wirklich an dieser regionalen Verankerung, übrigens auch die Bereitschaft, wir haben das auch vorletztes Jahr gesehen, wie rasch eigentlich die Miliz bereitsteht. Aber ich denke schon, diese regionale Verankerung ist ein Vorteil und traue unserer Miliz durchaus zu, das auch so zu können. Aber in dem von Ihnen angesprochenen Bericht «Zukunft der Bodentruppen» heisst es auch, wenn nicht mehr im gleichen Ausmass die grossen Waffensysteme gebraucht werden, zum Beispiel Panzer und die Haubitzen und all das, weil es eben im urbanen Raum nicht mehr so auf diese Waffen ankommt. Dann braucht es auch deutlich weniger Leute, um diese Waffen zu bedienen, zu warten etc. Und dann fällt vielleicht, das steht im Bericht zur Zukunft der Bodentruppen, fällt vielleicht die Miliz unter eine kritische Grösse und dann können wir gar keine Miliz mehr machen, weil wir gar keine Waffen haben, für die die Miliz geeignet wäre. Das ist nicht meine Hypothese, das ist eine Hypothese, die in diesem Bericht drinsteht. Sie bringen jetzt den Aspekt natürlich der Grösse ins Spiel. Die Grösse, die Armee, die Aufgaben der Armee, die haben sich auch erweitert. Also es geht wirklich auch das ganze Szenario, es geht von übrigens Friedensförderung, über das, was Sie noch nicht gesprochen haben, bis dann subsidiärer Schutz, oder subsidiärer Unterstützung der Zivilen, über Rettung, schutzkritische Infrastruktur, bis zur Verteidigung. Wenn man kritische Infrastruktur schützt und rund um die Uhr auf Objekten sein muss, dann kann man eigentlich sagen, man muss die Mittel für fünf wachen. Also man hat einen Dreier-Turnus und dann hat man noch vielleicht Urlaube und das braucht etwa fünf Äquipen. Wenn man das so anschaut, für einen rund um die Uhr der Betrieb, dann haben wir eigentlich eine 20.000er Armee. Und wenn man jetzt die Breite der Aufgaben für diese 20.000er anschaut, dann ist die Armee heute eigentlich für die vielen kritischen Infrastrukturen, die es in unserem Land gibt, ist eigentlich zu klein. Und genau der Bericht Zukunft der Bodentruppen sagt schon, die schweren Mittel werden anders schwer sein in Zukunft, aber es wird auch in Zukunft noch indirekte Wirkung zum Beispiel brauchen. Das wird bleiben. Wir haben das mit dem Mörser 16. Wir sind jetzt eigentlich in einer Vorevaluation für das neue Werkmittel mittlere Distanz, also auch genannt Artillerie. Es kann sein, dass es keine Raupen mehr hat, es kann sein, dass es Räder hat, es kann sein, dass es ein Automatlader sein wird, weniger Personal braucht. Aber das hilft uns eben mittelfrei zu machen, auch für die neuen Aufgaben, wie zum Beispiel Cyber. Und auch die neuen Systeme, wir sehen das jetzt mit den Informatikkosten. Eigentlich ist jedes System heute ein Informatiksystem, ein Technologiesystem. Es wird auch mehr Mittel brauchen im Bereich der Technologie. Und tatsächlich diese Verlagung oder die Effizienz neuer Systeme kann uns auch helfen, Mittel freizumachen, eben für die neuen Aufgaben im Bereich Cyber und Technologie. Das heisst, wenn ich Sie richtig verstehe, eine Armee mit 20'000 Mann, aber um dann die entsprechenden Truppen immer vorhalten zu können, eigentlich brauchen sie sehr viel mehr Milizkräfte, um ihre 20'000er Armee, ich sage es jetzt mal leihenhaft zu befüllen. Das heisst, für Sie ist das ein klares Bekenntnis, egal was passiert, egal wie sich die Armee verändern wird, ein klares Bekenntnis zur Milizarmee auch in Zukunft. Absolut. Und das sage ich aus Überzeugung, vielleicht auch als langjähriger Milizler, ja, selbstverständlich. Und eben eine Armee in dieser Grössenordnung, auch mit 100'000 in letzter Konzeption, oder wenn ich sage, 20'000, die Mainzer sind, das braucht 100'000, die im Sollbestand sind. Und ich bin überzeugt davon, das ist eine Größe auch für die Zukunft, die notwendig ist, für alle diese, die Breite der Aufgaben abdecken zu können. Aber Sie brauchen für diese Breite der Aufgaben, und Sie sagen, jede Aufgabe ist am Schluss eine IT-Aufgabe, brauchen Sie sehr viel mehr Spezialisten. Und die finden Sie nicht einfach mit der Milizarmee, sondern da brauchen Sie dann wirklich Spezialisten, die Sie auch länger vorhalten müssen. Also berufsmilitär, oder nicht? Ein interessanter Punkt, weil Gerda als Cyberspezialisten ist eine Stärke unserer Milizarmee. Wir haben ja bei den 140'000 Eingeteilten gibt es viele, die arbeiten im Beruf, in ihrem Berufsleben. Das sind Cyber- oder IT-Spezialisten. Und die stehen uns natürlich auch zur Verfügung mit ihrem Wissen. Die wollen zu uns, die wollen Cyber machen, die sind auch sehr gut vernetzt bei uns. Das ist übrigens ein Netzwerk, das es sonst nicht so gibt im Zivilen. Die können sich austauschen. Und da steht viel Kompetenz zur Verfügung. Und das Gute ist eigentlich, jetzt, ja, wenn Sie zu uns in den Wiederholungskurs kommen, auch in den Einsatz, die sind top ausgebildet, die kommen immer ausgebildet zu uns. Wir brauchen in Zukunft aber auch mehr, wir haben das gesagt, in der Verwaltung, bei den Berufsleuten mehr Spezialisten. Wir konnten in den letzten Jahren bei den Cyberspezialisten, in der Verwaltung, bei den Angestellten aufstocken. Das ist uns sehr leicht gefallen, weil wir merken, natürlich zahlen Banken, Google, die zahlen höhere Löhne. Wir merken aber, dass wir einen intrinsischen Anreiz bieten, den viele von diesen Cyberspezialisten suchen. Bei uns sind die Aufgaben auch breiter. Und das macht uns zum attraktiven Arbeitgeber für diese Spezialisten. Deshalb bin ich überzeugt davon, die lassen sich finden, auch in Zukunft. Sie sagen, eine Spezialität der Milizarmee ist gerade die IT-Stärke. Das heisst also, wenn ich ein IT-Fachmann bin, muss ich damit rechnen, viele, viele Wiederholungskurse zu machen. Währenddessen ein junger Redaktor der Neuen Zürcher Zeitung, der wahrscheinlich eher ein Geisteswissenschaftler ist, der kann sich darauf freuen, eine ruhige Kugel zu schieben. In unserem heutigen System machen wir eigentlich, machen wir mit allen ja dasselbe. Also das macht jeder 18 Wochen Rekrutenschule. Die Rekrutenschule ist gleich aufgebaut. Da haben wir das System, die Wiederholungskurse. Und tatsächlich, heute macht jeder die Rekrutenschule. Eigentlich unabhängig davon. Und wenn sie zu uns kommen, im 19, viele davon wissen ja gar nicht nicht, was für ein Studium sie machen werden, was sie in Zukunft arbeiten. Ich glaube, unsere Aufgabe wird das sein, in Zukunft dann für die Dienstleistungspflicht, ich spreche nicht vom Dienstpflichtsystem, aber vom Dienstleistungssystem, etwas flexibler zu werden. Und genau die Stärken unserer Miliz noch besser nutzen zu können. Ich sage jetzt, warum ein Koch, der schon ausgebildeter Koch ist und zu uns kommt, der müssen wir wahrscheinlich nicht mehr im Kochen ausbilden. Der soll eine kurze Ausbildung machen und dann kochen. Dasselbe mit Cyberspezialisten. Die müssen vielleicht nicht mehr dieselbe Ausbildung machen. Das würde uns auch ermöglichen, dass zum Beispiel die körperlichen Anforderungen reduziert werden können. Ein Cyberspezialist, der muss nicht auf dem Feld sein, muss nicht mit der Waffe umgehen können. Aber das würde dann vielleicht heissen, dass man am Anfang, wenn man jung ist und sich noch gar nicht so spezialisiert hat, vielleicht eben gar nicht so interessant ist für Sie und nicht so häufig kommt zu einem Wiederholungskurs. Es aber sehr wohl interessant wäre, jemanden, der zwischen 30 und 40 ist und schon im Berufsleben steht oder auch noch 45-Jährige, die dann vermehrt hineinzuholen. Und andere Länder machen das ja auch schon, dass sie versuchen, solche Reservisten eben sehr viel länger dabei zu halten. Ist das dann die Zukunft? Das sind Überlegungen, die wir anstellen tatsächlich für die Zukunft. Wir haben jetzt den ersten Bericht des Bundesrates gesehen über die Dienstpflichtesysteme und die Alimentierung von Zivilschutzarmee. Wir haben gesagt, wir haben in der Zwischenphase bis dann der zweite Bericht Wirkung zeigt oder ein mögliches neues Dienstpflichtsystem. Wir hat die Armee selber Optionen präsentieren. Wir machen das nächstes Jahr mit dem Schlussbericht der WA, der Weiterentwicklung der Armee. Und tatsächlich sind Optionen, die wir prüfen, gehen genau in diese Richtung. Also eine Flexibilisierung, die Möglichkeit, Spezialisten länger bei uns behalten zu können. Das ist ein Teil dieser Überlegungen. Spannend, übrigens auch interessant ist, wenn wir bei der Rekrutierung schauen, wir haben mehr, die zu den Spezialkräften wollen, als wir je ausbilden könnten. Wir haben genügend Infanteristen. Da gibt es auch sogar so Wartelisten und viele sind enttäuscht, wenn sie nicht zur Infanterie können. Es gibt genügend für die Mechanisierten, für die Artillerie, für Rettungstruppen. Also bei der Rekrutierung scheinen wir sehr attraktiv zu sein. Die Schwierigkeit ist dann eben, diejenigen, die im System zu behalten. Viele gehen nach der Rekrutenschule weg, weil sie das Gefühl haben, sie hatten jetzt ihren Dienst fürs Vaterland erbracht. Und die wechseln dann, gehen aus unserem System. Ich glaube, das wird eine der Aufgaben auch sein, das Wiederholungskursmodell neu zu denken, auch attraktiver zu gestalten. Da könnte ich mir vorstellen, dass man die verbleibende Diensthauer noch auf Zeit verteilt. Und dann eben, wenn sie mit 25, 26 Studium gemacht haben, sie in dieser Funktion noch länger behalten, dann vielleicht nicht mehr drei Wochen pro Jahr, sondern vielleicht noch einzelne Tage. Was ja dann doch ein deutlicher Bruch mit der bisherigen Tradition wäre. Wir haben jetzt sehr viel, eigentlich ausgehend von der Ukraine, vom Krieg der Zukunft, auch über die Veränderungen der Schweizer Armee gesprochen, auch sehr detailliert über einzelne Waffensysteme. Aber am Schluss ist es ja immer, ist es nicht nur die Waffe, sondern es ist auch der Wille und das Vermögen, einen Konflikt durchzuhalten. Und wir sehen gerade bei den Russen, dass die aufgrund ihrer langen Tradition, sie machen seit 100 Jahren, sind sie ein Staat, der eigentlich ein Geheimdienst ist oder ein Geheimdienst, der sich auch noch einem Staat unterhält. Man weiß es nie so genau. sind die Russen sehr, sehr gut in der Lage, zwischen all diesen verschiedenen Konfliktformen zu wechseln. Aber wir Schweizer, wir lieben klare Unterscheidungen und wir haben eine Armee zum Kämpfen und Zivilisten fürs Zivile. Also sind wir überhaupt von der Mentalität her in der Lage, uns auf diese sehr komplexen Schattenkriege einzustellen? Ich würde sagen, bei uns gibt es ja nicht nur Armee und Zivil. Übrigens unsere Milizarmee ist ja auch eine Art Zivilarmee, nicht? Aber es gibt ja noch andere Instrumente. Wir haben auch das Instrument des Zivilschutz. Das war in den letzten Monaten natürlich sehr sichtbar. Wir haben die Covid-Pandemie. Es gibt aber das Instrument Zivilschutz, hat auch genau die Aufgabe, die Brücke zu machen, ist lokal noch mehr verankert als die Armee und kann genau gewissen Schutz und dann auch Helfen und Rettungsmassnahmen lokal wahrnehmen. Wir haben auch bei uns einen Nachrichtendienst, das Antizipationsinstrument ist. Aber auf eine Frage zurückzukommen, wir haben das Glück natürlich, dass die Schweizer Schmirland schon lange nicht mehr in einem Konflikt liegt. Und ich denke, wir beobachten alle, was im Ausland geschieht, die Entwicklungen im Ausland. Und ich habe manchmal das Gefühl, es gelingt nicht mehr, diese Entwicklung, die neue Bedrohung mit den Mitteln im eigenen Land zusammenzubringen. Und darunter leidet auch unsere Armee etwas. Also das Image der Armee ist noch nicht so, dass man es wahrnimmt. Das ist die richtige Antwort auf die Bedrohungen, die wir jetzt wahrnehmen. Aber ein Vorteil hat der dreiste Provokateur, der eben einen Cyberangriff macht, den man dann vielleicht gar nicht zuordnen kann. Und da tun wir uns eindeutig schwer. Es gab schon Cyberangriffe auf die Schweiz, wo natürlich die Schweiz gesagt hat, wir schlagen nicht zurück, weil wir wollen uns, und es waren wahrscheinlich russische Hacker, wir wollen uns da nicht mit denen anlegen. Also wir haben in diesen Konflikten einen eindeutigen Nachteil, weil wir eben kein dreister Provokateur sind. Wenn es eine Cybercharta gäbe, dann hat man die erste Regel, jeder muss sich selber schützen. Und woher die Akteure kommen, spielt eigentlich gar nicht so eine grosse Rolle. Wir sehen vor allem im Moment, dass viele Ransomware-Angriffe, dass es zunimmt, dass Erpressungsangriffe, wo auch Gemeinden schon angegriffen werden, erpresst werden. Und ich glaube, das muss klar sein, dass es nicht eine primär militärische Aufgabe ist. Was die Armee hier leisten kann, die Armee macht Cyber-Efence, schützt sich selber. Die Armee kann dem Sicherheitsverbund Schweiz, den Partnern, den Kantonen, Infrastruktur zur Verfügung stellen, die cybergeschützt ist. Zum Beispiel mit dem Führungsnetz Schweiz, den Rechenzentren des Bundes. Das Infrastruktur kann auch subsidiär, und das dasselbe wie wenn wir in Spitalern helfen, könnte subsidiär, also wenn die zivilen Mittel nicht ausreichen, in den Kantonen, subsidiär unterstützen. Und das ist genauso wie in anderen Bereichen eine Reserve. Aber am Schluss ist es ein politischer Entscheid, ob dann diese Reserve, die Armee in den Einsatz kommen soll. Wenn die Angriffe immer oder sehr häufig unterhalb einer Kriegsschwelle sind, wie zum Beispiel bei Cyber, macht das nicht zu einem gewissen Ausmass die bewaffnete Neutralität obsolet. Denn die ist genau auf solche Konfliktformen unterhalb einer Kriegsschwelle ja gar nicht ausgelegt. Sie ist für einen wirklichen bewaffneten Krieg. Also hat sich nicht unsere bewaffnete Neutralität zu einem gewissen Ausmass überholt. Ich glaube, genau die Schwierigkeit im Cyberarm ist ja genau das. Es gibt ja viele Bestrebungen jetzt auch zu definieren oder auch für die NATO ist eine Frage, gilt Artikel 5 irgendwann auch im Cyberarm. Also der Beistand sind Diskussionen, die wir mit großem Interesse folgen, teilweise auch integriert sind in diesen Diskussionen. Aber bisher ist zu sagen, dass die Akte waren ja, man kann sagen, sie kommen aus gewissen Ländern, aber häufig sind es ja keine staatlichen Akte, sondern es sind eben Gruppierungen, die primär kriminelle wirtschaftliche Interessen im Vordergrund haben. Und das macht es genauso schwierig. Aber davon, wir brauchen den Begriff des Cyberkrieges eigentlich bewusst nicht, weil wir sagen, Cyber ist nie Selbstzweck, sondern Cyber ist eigentlich auch zur Erreichung eines bestimmten Zweckes oder Zieles. Und eigentlich müsste man dann aus dieser Absicht müsste man ableiten können, ab wann es dann wirklich in einem Konflikt zwischen Staaten geht. Aber können Sie sich vorstellen, dass staatlich beauftragte Hacker, und zwar von Russland oder von China oder von irgendjemand anderem, staatlich beauftragte zivile Hacker einmal ein Grund sein werden, weswegen die Schweiz im Cyberraum auch offensiv zurückschlägt? Zuerst natürlich ist es eine sehr hypothetische Frage, die aber tatsächlich in den Gesetzestexten ja bereits Niederschlag gefunden hat. Es gibt das Nachrichtendienstgesetz, das den Teil jetzt im Alltag regelt. Es gibt das Militärgesetz, das Schläge möglich machen würde mit Bewilligung des Bundesrates, also nicht nur mal der Departementsvorstehen, der Bundesrat müsste entscheiden. Und dann gibt es auch im Militärgesetz geregelt bei bewaffneten Konflikten. Das ist so das Eskalationsszenario. Ich denke, dieser zweite Fall, nämlich, dass der Bundesrat entscheiden würde, würde ich als etwas nicht sehr wahrscheinlich betrachten. Im Cyberraum gibt es immer eine gewisse, bei der Attribution, eine gewisse, es gibt nie absolut, man kann es nie eindeutig zuordnen. Man kann aus Absicht, aus verwendeten Werkzeugen, aus der Gruppierung kann man ableiten, wer dahinter stecken könnte, aber es wird nie die notwendige, oder kaum die notwendige Sicherheit geben. Aber das Gesetz sieht eigentlich genau diese Eskalation vor. Das heisst, wir sind noch auf viele Jahre in einem ziemlichen Schattenreich unterwegs, vor allen Dingen Sie als Chef der Armee. Wir sind am Ende der Sendung angelangt. Herr Süssli, herzlichen Dank für das Gespräch. Und Ihnen, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer, vielen Dank für Ihr Interesse. Ich freue mich, wenn Sie auch beim nächsten Mal wieder dabei sind, am 13. März bei NZZ Standpunkte. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020